Wie beschreiben wir eine Turing-Maschine als eine einzelne Zahl? Wie beschreiben wir eine Turing-Maschine als Programm geben? Das baut sich wie folgt auf. M ist unsere Standard-Turing-Maschine. Wir haben jetzt unsere Zustände fortlaufend nummeriert. Wie ich das eben gesagt habe, von Q1 bis Qn. Haltezustand ist Q0. Das ist hier unser unendliches Alphabet. Mit dem Blank ist das A0. Dieses Sigma, das Bandalphabet unserer Turing-Maschine M, die wir jetzt kodieren wollen, da sei dieses Sigma, das ist eine Teilmenge von Sigma unendlich. Die haben wir auch irgendwie fortlaufend nummeriert, dass diese Indizes hier ansteigen. Das steht hier. Wie wird jetzt nun der Code gebildet für so eine Turing-Maschine? Wir müssen uns ja jetzt angucken, diese Zustandsmenge K können wir beschreiben, indem wir einfach die Zahlen angeben, der Zustände. Wir können genauso die Symbole beschreiben. Und spannend ist ja eigentlich nur das Programm dieser Turing-Maschine. Und das ist ja in dieser Übergangsfunktion abgebildet. Ja, und da gucken wir uns einfach an, alle Möglichkeiten, die wir hier haben, von einem Zustand und einem Zeichen irgendeine Aktion auszuführen. Und zwar haben wir ja die Möglichkeit, entweder bei einem Übergang ein Zeichen zu schreiben, das ist das Ding, entweder nach rechts zu gehen oder nach links zu gehen. Und das wird jetzt auch einfach in der Anzahl von Strichen abgebildet. Wenn ich im Zustand QI bin und ich lese das Zeichen AJ und dann übergehe in den Zustand QT und das Zeichen AR schreibe, was wird dann gemacht? Dann wird erstmal der Zustand QT geschrieben, indem ich einfach T viele Striche schreibe. Das war gerade die Codierung der Zustände. Und dann mit einem speziellen Zeichen A, das heißt dafür A, die nächste Folge von Strichen, die da kommt, das beschreibt ein Bandzeichen. So, und das Zeichen R wurde kodiert durch R plus 1, hatten wir eben gesagt, weil das Blank mit der Nullgekennzeichnung ist und wir dafür einen Strich verwenden. Wenn wir in Zustand QI sind, das AJ lesen und nach rechts gehen, dann schreiben wir auch den Folgezustand, das ist der Zustand QT und das ist das griechische Ro, kleine Ro, das steht für, wir gehen nach rechts. Einfach als Sonderzeichen. Und dann, wenn wir nach links gehen, dann schreiben wir halt das griechische Lambda, wir gehen entsprechend nach links. So, so kodiere ich einen einzelnen Übergang. Ich baue mir jetzt im Prinzip so eine Matrix auf, aller möglichen Kombinationen von Zuständen und Zeichen. So, und dann schreibe ich die einfach zeilenweise auf. Und zwar für jeden Zustand, den ich hier betrachte, gibt es eine eigene Zeile. Und eine Zeile kodiere ich einfach auch durch ein paar Sonderzeichen. Alpha steht für, es fängt eine neue Zeile an. Beta steht dafür, dass quasi ein neuer Übergang beschrieben wird. Und dann kommt der Eintrag EI0, den ich hier sozusagen entsprechend definiere. Dann wieder ein Beta für den nächsten Eintrag. Das sind sozusagen, das sind unsere einzelnen Spalten. Also ich baue jetzt eine Matrix auf, bestehend aus Q0, Q1 bis Qn. Und hier kommt dann irgendwie A0 bis AL. Ja, und ein einzelner Eintrag ist dann EIJ. Ja, und eine ganze Spalte ist E10 bis E1L. Das ist eine Zeile, Entschuldigung. Ich brauche ein paar Tentzeichen dazwischen. So, und das gesamte Wort der Maschine, Also das Gürtelwort zu dieser Maschine M ist halt definiert, indem ich einfach die einzelnen Zeilen hier hintereinander wegschreibe. Neuer Zeilenanfang ist immer dadurch gekennzeichnet, dass ich hier auch so ein Alpha treffe. Anfangszeichen für eine neue Zeile. So, und wenn ich hier ein einzelnes Wort habe, auch das kann ich kodieren, stecke ich einfach hier rein. Ja, und dann schreibe ich einfach diese Zeichen hintereinander weg. Dieses A steht einfach dafür, aha, die nächsten Striche, die da kommen, sind halt ein Code für das entsprechende Zeichen. Genauso hier die Zustände. Gebe ich einfach eine Anzahl von Strichen an. So, und so kann ich jetzt im Prinzip eine einzelne Turing-Maschine komplett durch eine Folge von Strichen, letztendlich durch eine Zahl und ein paar Sonderzeichen kann ich eine ganze Turing-Maschine beschreiben. So, ich zeige Ihnen das nächste Mal ein Beispiel. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir denn das nehmen können, da eine universelle Turing-Maschine zu konstruieren, die dann diesen Code nimmt, sozusagen diese gürtelisierte Form dieser Turing-Maschine. Also einfach, das ist dann ein universell beschriebenes, oder das ist ein geschriebenes Programm, mehr oder weniger. Dann stecken wir das Wort da rein und dann müssen wir quasi in dieser Turing-Maschine U simulieren wir dann diese Maschine, die wir dann anwenden, auf diese Eingabe. Und wenn wir das erledigt haben, haben wir im Prinzip ein universelles Modell für den Computer. Da schreibe ich noch mal ganz kurz hier unten drunter. Wird dennoch zu konstruierenden, universellen Maschine ist nicht ganz einfach, aber Ziel ist halt, dass wir mehr oder weniger ein einfaches Modell haben möchten, was wir nutzen können, um überhaupt den Begriff der Berechenbarkeit oder sagen wir mal einer universellen Maschine für die Durchführung von Rechnungen zu konstruieren. Vielen Dank.